Hallo Freunde, da sind wir bei COD. In dem letzten Video haben wir gesehen, dass er unseren Vater umgebracht hat. Und jetzt bin ich dafür... Muss der Mann bluten? Ist das hier... Ne, der scheint das nicht zu sein, ne? Schade, oder? Das wär's doch... Das wär's doch jetzt echt gewesen, ne? Naja, egal. Ist ja eigentlich auch relativ egal, wo die Datei ist. Erstmal. Obwohl ich der Meinung bin, der da hinten müsste das sein. So, wo müssen wir denn hin? Da hin. Ah, okay, gucken wir erst mal. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Alter. Jaja, ich komm ja jetzt gleich. Oh, ein bisschen Munition, ne? Robberspringen. Komm, spring mal hier, Robber. Guckst du dich erst mal hier um. Joa, da ist nix. Komm, Robber da. Hier können wir uns natürlich eindecken. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier so eine... Schrottflinte, wa? Komm. Ja. Okay. Bam, zwei Stück direkt. Weg sind sie. Ja. Also es ist doch nicht der PC. Schade. Ja, ja? Auch nicht. Die machen wir auch noch platt. Wo kam der denn jetzt her? Gehen wir mal ein bisschen hier in Deckung. Ja, ja, ich bin dann schon längst drin. Mach den Funk leiser. Sch, sch, sch. Hey, el ruido venía de ahí. Revisen las esquinas. No dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Als ob man uns vorher nicht schon gesehen hätte, oder? Na ja, egal. Können wir jetzt endlich. Okay. Wenn ihr den PC findet, also den Laptop, ja, schreit. Leise. Keine Bewegung. Ich vermisse ein paar meiner Freunde. Bringt sie zurück zu mir, tot oder lebendig. Und ihr leistet einen großen Dienst für euer Land. Merrick, Hache. Es ist ein Pängelobos. Na ja. Ähm. Wir kriegen dich, Junge. So. Die gehen auch wieder. Ja, komm. Okay, Kigen. Los jetzt. Boah, Junge. Das klappt ja wieder. Wie am Schnürchen hier. Okay. Mit der Waffe kommst du hier gerade nicht so weit. Hier werfen wir mal eine Fläschchen. Einen haben wir. So. Jo. Jo. Sicher, jo. Den haben wir auch. Da hinten ist noch einer. Jetzt gehen wir mal in Deckung. Hui. Ich dachte, ich hätte noch eine Granate. Leute, ihr müsst auch mal schießen. So. Kopfschuss. Ähm. So. Da werfen wir noch eine Fläschchen. Lass mal nachladen. Und den haben wir erledigt. Der ist auch weg. Da hinten, da hinten. Da, da, da. Okay, hat dann. Rein da. Bleib mal schön hier, ne? Nehmen wir die andere Waffe. Komme. Ah, Junge. So. Ups. Entschuldigung. Schnell mal hier rein. Mal gucken. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Granaten werden jetzt nicht verkehrt, ne? So, einen haben wir. Da ist der nächste. Und da hinten. Und ausgerechnet, dann muss ich nachladen, ja? So, den einen haben wir. Leute, ich glaube, wir sollten da mal runter. Ich hole mir jetzt erstmal aber eine andere Waffe. Ich hole mir mal die da. Ja, die fetzt doch. Den haben wir auch. Ja, dann musst du da mal was tun. Also, ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter. Von wo denn? Und wo schießt der Typ? Da. Und da kommt noch einer. Hallo, hallo, hallo. Wow. Deckung. Ui, ui, ui. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, gut, dass wir da durchs Tor müssen. So, erstmal hier ein bisschen was einsammeln. Munition. Munition, Granaten, genau. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendwo der Laptop wäre. Ich habe mich hier nicht mehr gesehen. Du hast hier nur den Empfangsbereich. Der wird dann hier nicht sein. Weil der ist ja doch ein bisschen auffälliger, ne? Da war nur ein Stuhl. Ich komme. Und... Wusch. Sind wir drin. Wie sieht es denn da aus? Ich glaube nicht, ne? Ne, da nicht. Du, 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 du. Wo seid ihr, Jungs? Ja, dann folge ich euch mal, ja? So, da ist nix. Ich würde sagen, lauft, ne? Scheiße, 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 scheiße! Links, nach links! Oh! Wee! Wee! Logan! Logan! Alles okay? Lebst du, Merrick? Alles gut. Wir müssen weg, bevor die Helikopter wissen, wo wir sind. Wir müssen zum Strip schaffen, wenn ich einen Tabearm-Untersatz. Ja, ich lebe so halbwegs. Ganz dachte. Da sind wir in der Unterzahl. Los! Los! Wir sind ja gut gelandet hier, ne? Boah! Na, komm schon, den haben wir. Na! Wo ist denn der Sniper? Oben auf dem Dach sind die da. Da ist einer. Ja, das war ein glatter Durchschuss. Logan, kannst du den tragen? Immer. So, leider kann ich jetzt auch nicht schießen. Deshalb folgen wir denen einfach jetzt mal. Ich müsste theoretisch den Hund immer ablegen. Und das ist eigentlich auch das, was die wollen. Leider. Aber okay, dann kriegen wir das. Wir dürfen halt nie den Hund vergessen. Denn dann heißt es Game Over. Ja, leider ist das so. Wir lassen, wir lassen keine Kameraden zurück. So, komm. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Dann legen wir den erstmal hier hin. So, Leute. Hol den Heli runter. Ja, haben wir ihn. Perfekt. Nein, nein, nein. Ich vergesse ihn schon nicht. Macht ihr da mal keinen Kopf, ja? Macht ihr mal da ein bisschen was, dass das so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ne? Oder wo habt ihr den Führerschein? Wo habt ihr den Waffenschein gemacht? So, ich nehme ihn ja, ich nehme ihn ja, ich nehme ihn ja. Keine Sorge. Ja, Hund. Bin doch bei dir. Boah, ey. Was seid ihr für Typen? So, den haben wir. Außer ich werde jetzt beschossen, ja? Na, nachladen. Ja, ey. So. Auf was für Leute schießt ihr denn eigentlich? Werfen wir mal eine Granate dahin. So. Den einen haben wir erwischt. Das ist schon mal was. Da ist doch noch einer. Boah, ich nehme den Hund mit. Das wird mir hier zu doof. Ehrlich. So, legen wir den Hund jetzt hier hin. Überall sind Gegner jetzt. Durch, dass wir jetzt hier auf den Hund aufpassen müssen. Das ist doch nicht mehr normal. Ah, Granate. Au, 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 au. Wo ist der Typ? Da. Okay, da lag er. Da hinten. Nee, ich vergesse ich schon nicht. Keine Sorge. Wo ist der Hund denn? Da ist der Hund. So. Erstmal hier drüber laufen. Damit wir hier ein bisschen was einkassieren können, ne? So, Wiley. Leg dich hin. Und halt den Bagger. Boah. Ja, dann mach doch mal was. Ja, der Heli. Scheiße. Nerv nicht. Ja, Hund. Mensch, was läufst du denn auch hier rum? Du bist mir einer, ey. So. Meine Granate ging natürlich ins nirgendwo. Äh. Ist doch nicht mehr normal. Ah, der gehört zu mir. Okay. Werfen wir mal eine Granate da hinten hin. Und eine da hinten hin. Hallo, hallo. Ich räum hier gerade auf für euch. Nee. Werfen wir mal eine Granate da hin. Granate. Ja. Wieso? Der ist doch bei mir. Nerv nicht rum. Komm. Boah. Junge, Junge, Junge. Wo sind die? Oh, 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 oh. Da geht Smiley nicht. Nee, nee, nee. Wo ist der Hund? Wir haben und Drehungs gefunden. Los, Dex. Wir haben eine Mitfahrgelegenheit vor euch. Komme. Ja. Komm, Hund. Jetzt kommst du auch endlich raus hier. Komm schon, Logan. Wir gehen. Komm, Hunde. Komm, hier ist Prince 2-0. Wir sind voll beladen und kehren zurück. Verstanden. Gute Arbeit 2-0.